herzlich willkommen liebe freunde zurück zuletzt play the witcher 3 wildhand hier in novigrad schönen guten tag und wir müssen uns jetzt mit soltan treffen das heißt ich warte mal warte mal okay hier bei fackel waren ich kann es jetzt nicht sehen aber ich spule noch mal zurück wenn ich es mir dann nachher angucke da waren gerade die buchstaben irgendwie verbuggt oder da habe ich mir das nur eingebildet egal so wir werden jetzt schlafen bis nach was stand nach sonnenuntergang nach sonnenuntergang genau würde mal sagen da ist doch um neune gute zeit ich hoffe da ist es schon dunkel drei stunden nach dunkel haben wir es da ja gut da ist zwar noch sonnenuntergang aber er wird trotzdem anzufinden sein aus welchem dorf kommst du beiden im bummelt wird nicht und wie lief's mit diesem heiler soltan was was man von hurensohn die hab ich doch schon mal getroffen bei der einen mätresse komm mal her was für ein mann von hurensohn schon da los suchen wir uns ein paar arschgestelle geht bald los ich glaube schon Blut aus einem Zaubermaschinen und es ist natürlich auch Zaubererblut. Am Pfad meiner Narben ruht deine Hand, den Sternen zuwider in Ewigkeit verbunden. Öffne die Wunden und heil sie wieder, bis sich unseres Schicksalswehresmuster bildet. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rüben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Der Wolfsspur nachfolge ich in den Schneesturm, um dein stures Herz abermals aufzuspüren. Durch Zorn und Trauer in Eis verwandelt, lass mich deine kalten Lippen küssen, schmelzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rüben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist, oder ob der Zufall uns zusammenführte. Als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rüben schwarzer Locken, deine falschen Augen von Tränen nass. Musik 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 Applaus Musik 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 Den kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar themerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, Peter, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Äh, das ist Priscilla. Auch bekannt als Kalonetta. Ja, so liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexas zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Erwischt. Also erstmal, zu dem Lied muss ich sagen, erstmal waren diese komischen Pausen. Immer diese ganz kleinen, kurzen Pausen, weil einfach nichts war. Sehr komisch. Und zweitens, ja, die hatten halt ein Original. Die mussten es ins Deutsche übersetzen. Kann sich nicht immer reimen. Und, äh, das ist halt so. Aber es war sehr komisch betont. Also, ich muss sagen, ich fand das Lied nicht schön. In der englischen Version ist es wahrscheinlich viel besser, aber die deutsche. Äh, anscheinend hat Rittersporn nichts ausgelassen. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt? Wohin er beispielsweise unterwegs ist? Hahaha. Ausgezeichnet. Sehr lustig, wirklich. Na, dann bis später. Nicht hier. Kommt mit. Okay. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plant er einen Einbruch. In Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ähm. Räuven, wer ist das? Räuven? Wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Fels-Troll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. In eine Schatzkammer einbrechen. Was hat sich Rittersporn dabei gedacht? Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt. Als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten drei Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser Jemand. Hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein. Aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren Drallen Busen. Und wenn der Überfall schiefgelaufen ist? Lass mich raten. Der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Ich konnte nur herausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior. Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Das verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl er der ganzen Stadt? Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Siggi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Sieht aus, als müsste ich Rittersporn retten. Mal wieder. Hoffentlich übersteht Rittersporn diese Seine. Ja, klar. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hole ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Siggi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Alles klar. Tja, ich hab hier nichts zu tun. Ich geh wieder ins Rosmarin. Alles klar. Ich muss Puschel füttern. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Soltan, geh rein. Tür. Oh, ich kann mit ihm auch Gewinn spielen. Äh, warum hat niemand Novigrad eingenommen? Du bist schon eine Weile in der Stadt. Vielleicht kannst du es mir sagen. Warum haben weder Radovid noch M hier die Stadt eingenommen? Sehr gute Frage. Vermutlich kann ich das Geheimnis für dich lüften. Der Krieg verschlingt jede Menge Ressourcen. Novigrad hat einen großen Hafen, eine mächtige Flotte und eine Schatzkammer, die vor Gold überquillt. Das macht es sowohl für Redanien als auch für Nilfgaard zum Leckerbissen. Die Stadtmauern sind hoch und die Waffenkammern voll, wie ich verstehe. Dann verstehst du nicht viel. Eine Belagerung wäre lang und grausam. Stimmt. Aber vor allem könnte alles Wertvolle im Handumdrehen aus der Stadt verschwinden. Die großen vier haben darauf hingewiesen, dass die Flotte im Zweifelsfall brennbar ist. Und ein Überfall auf die Stadt würde zu Aufständen führen, bei denen die Truhen der Kirche durchaus geplündert werden könnten. Wer es also auf Novigrads Reichtümer und Schiffe abgesehen hat, dem bleibt keine Wahl, als es über die kriminelle Unterwelt zu versuchen. So, und was weißt du über die großen vier? Was kannst du mir über Novigrads Unterwelt erzählen? Es gibt nur ein Konzept. Die großen vier. Sigi Rolfen, der Bettlerkönig, Hacker und Hurensohn Junior. Wie heißt eigentlich ein Triumvirat aus vier Personen? Keine Ahnung. Jedenfalls sind es vier und sie haben die Stadt in Einflussgebiete aufgeteilt. Hier passiert nichts, was sie nicht genehmigt haben. Es heißt, Hurensohn hätte sich jüngst mit den anderen zerstritten. Aber darüber weiß ich nichts Genaues. Und was machst du eigentlich hier? Novigrads ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Mein Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichen Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn es dir recht ist. Okay. So, ich versuche jetzt einfach mal gegen ihn Gwyn zu spielen. Eine Partie Gwyn. Da sage ich nicht nein. Er wird mich wahrscheinlich nackig machen. Spielen wir. Aber ich probiere es einfach mal. Klirrende Kälte für Nahkampf. Horn des Kommandanten. Sehr schön. Belagerung habe ich hier. Drei, vier im Nahkampf. Achso, nee. Das ist für ihn. Also ich habe drei im Nahkampf. Dann würde ich einmal ihn hier tauschen. Sehr gut. Und einmal ihn tauschen. Sehr schön. So, er hat eine Karte mehr. Wegen Scroiatell. Ich würde sagen, diese Runde verkacke ich mal. Hol mir noch die zwei Karten dazu. Oh, sehr schön verbrennen. So, ich könnte die jetzt schon aufgeben. Ich könnte aber auch die einfrieren. Aber das ist dumm, weil ich habe ja meinen eigenen Spion ihm gegeben. Deswegen gebe ich jetzt erstmal auf. Vielleicht spielt er ja noch eine Karte. Mal gucken, ob er noch einen Spion hat. Nein. Er passt auch. Okay. So, mal gucken, was er legt. Okay, die sind im Angriff. Im Nahkampf. Das heißt. Nee, ich warte mal noch damit. Ich frage erstmal das hier aus. Ich hoffe, dass er keine gute Wetterkarte hat. Dann würde ich mal ihn noch in den Fernkampf legen. So, jetzt probiere ich es mal mit der klirrenden Kälte. Zack. Hoffentlich, hoffentlich. Gegner passt. Ach ja, das betrifft ihn ja wieder nicht. So, das heißt. Ich müsste jetzt... Hm. Gut, ich packe die hier. Wie mache ich denn das jetzt? Bin ich bei 16. Das hebe ich mir für die nächste Runde, das beides, auf. Scheiße, da muss ich noch gut Karten opfern. 20. Scheiße. Hm. Hm, hm, hm. Ich hätte mir die vielleicht noch aufheben sollen. Okay. Nein, ich Idiot. Das ist ja... Oh, ich bin ja blöd. Das geht ja gar nicht. Ah, ich Idiot. Das war dumm. Das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, jetzt verkacke ich es. Wir kriegen noch eine Karte. Das war nicht sehr gut. Aber wir können es trotzdem noch schaffen, Freunde. Ja, die Verbrennkarte. Oh, Mann. Zack. Okay, er kriegt mehr Karten. Er gibt mir aber auch... ...wahr mit mehr Kraft. Mehr Angriffskraft. So, dann packe ich das Horn jetzt da hin. Jetzt muss er halt 30 hinkriegen, ne? Scheiße, er hat auch einen Horn. Okay, aber... ...ich muss ja jetzt die spielen hier. Wie, jetzt werden meine auch verbrannt? Warum werden denn jetzt meine verbrannt? Was ist denn das? Warum wurde... Warum? Ach, Gerald, Gerald, komm auf eine Revanche vorbei. Wir müssen an deinen Gewindkünsten feilen. Also, ich verstehe diese Eigenschaften dieser Karte nicht. Ach, ich weiß es auch nicht. Da steht, kann die stärksten Karten des Gegners verbrennen und deine. Aber bisher hat es doch immer nur die vom Gegner verbrannt. Warum wurden jetzt mein... Ach, Freunde. Das ist doch nicht wahr, ey. So, ich gehe jetzt erst mal zum Badehaus, um mich abzukühlen. Das ist doch nicht wahr. Warum verkacke ich das? Nee, ey, Mann. Oh, ich muss nach unten. Zack. Ist da jemand? Aufmachen. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Beschäftigt womit? Beschäftigt womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Geralt von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde erst versuchen. Einen Moment. Danke. Sigi Räufen bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide. Da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Na, hoffentlich. Erstmal stecke ich mir euer ganzes hier Flens ein. So. Oh. Junge, Junge. Der hat ja schon einiges hier abbekommen. Alles klar, Happen. Hi, Happen. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, mein Herr, Blöße ist in dieser Stadt nicht üblich. Ich rate dir, etwas anzuziehen. Ich will hier baden, Mann. Hey, Weißer. Welchen Arsch hast du da? Hallo, Ladies. Das Video wieder ab 18 freigegeben auf YouTube. Er wird sowieso hier... Ich kann das alles gar nicht verpixeln, was hier zu sehen ist. Ich nehme erst mal eure ganzen Pflanzen hier. So, Licht aus. Ich kann natürlich überall das Licht ausmachen. Kann ich hier eigentlich meine Zeichen wirken? Das ist, wenn ich hier zum Beispiel... Ach, kann ich nicht. Okay, schade. Werden sie alle durch die Kante geflogen. Okay. Schönen guten Tag, schönen guten Tag. So, dann hier ist der Happen. Hurensohn hatte eine Einladung und ist nicht ge... Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Räuven? Dein Gast. Äh, Räuven kann mich vorstellen. Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexe. Derjenige, der erst ein Attentat auf Voltist verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Im zweiten Teil. Ich habe Voltist nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Räuven. Oder wie auch immer... Oder war das am Ende vom ersten Teil? Am letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermeilt. Ich frage mich, was er diesmal auf Lage hat. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Verfluchte Scheiße. Ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Da gab's noch ein kleines Problem. So, komm mal ran hier. Na, komm. Dann ist hier echt jetzt im Badehaus eine Schwalbe. Ach nee, ich hab ja gar keine Schwalbe. Heh. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Äh, ich glaube nicht, dass ich deine Freunde kenne. Lange nichts gesehen. Die Kass... Ich kann's nicht aussprechen. Wie geht's denn, Reuven? Jahrelang verschwunden, nur um hier in Norvigrad wieder aufzutauchen? Oh, ich war hier und da. Hab übrigens einige Zeit in Serikanien verbracht. Was hast du in der Wüste gesucht? Die Einheit mit der Natur. Wirklich ein magischer Ort. Aber ich habe die Zivilisation vermisst und da bin ich wieder. Will in Norvigrad Wurzeln schlagen und ein respektierter Bürger werden. Wer weiß, vielleicht auch irgendwann Stadtrat. Ich glaube nicht, dass ich deine Freunde kenne. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Wer würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen? Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese. Auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. So, ich muss Hurensohn sehen. Mit ihm reden. Ich suche nach Hurensohn Junior. Hurensohn. Interessant. Was willst du von ihm? Er soll mir jemanden suchen helfen. Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkel Ficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schicke meine Jungs derweilen Hurensohn's Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt, oder wie auch immer du heißt. Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Hoffentlich finde ich Junior Vorhacker. Wo finde ich Junior? Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schaue morgen bei dir rein, Franzis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens sechsmal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zur Sonnenuntergang. Ich hatte meine Gründe. Tut mir leid, das zu hören. Ich glaube, das hat mit dem zweiten Teil zu tun. Kann das sein? Deswegen, ich weiß es nicht. Tut mir leid, das zu hören. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolf. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du willst einen Krieg mit Hurensohn vermeiden? Warum? Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohns. Dieser Name, ey. Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Kennen deine Kollegen deine Vergangenheit? Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn malen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war, Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Gut. Hurensohn. Was macht er? Was besitzt er? Ist sicher sinnvoll, sich erst mal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie hier reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt. Und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Das Casino. Wo ist das? Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Wo finde ich die Arena? Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Schaben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Und wo ist sein Haus? Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel. Einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Gut. Ich sollte mich auf die Suche nach Hurensohn machen. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst. Aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Alles klar. Stehst du eigentlich in Kontakt mit Radovid? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Ach, verdammt. Das sind alles Sachen aus dem zweiten Teil wahrscheinlich. Mir nicht. Und schon gar nicht einer Logenzauberin. Das ist natürlich schade, aber... Hast du was von ihr gehört? Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal. Bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge. Immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit mich, um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Okay, weißt du, was mit Rittersporn passiert ist? Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfallern. Was ist los? Hast du ein Problem mit Rittersporn? Rittersporn? Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonnett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Meine Güte. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Natürlich, noch mehr Aufträge. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Okay. Du bezahlst mich doch außerdem, oder? Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Äh, ich weiß wirklich nicht, wovon er redet. Wer hat dir davon erzählt? Nein, doch, M hier kennen wir, na klar. Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Äh, ja, komm. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Ach, und dir ist klar, dass du ne Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Habe ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Okay. Bitte folge mir. Okay, Freunde. Aber ich würde sagen, wir folgen ihm in der nächsten Folge. Folge, denn die heutige ist damit wieder vorbei. Und unser Bart ist ja ganz gut nachgewachsen, Freunde. Dann müssen wir wieder zum Barbier. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.